Hallo, mein Name ist Mats Kastning, ich bin Musikwissenschaftler und Journalist. Ich bin Mireia Salinas und ich bin Musikerin und Kulturmanagerin und bin hier im Musikinstrumentenmuseum zuständig für die Vermittlung. Und genau in diesem Musikinstrumentenmuseum in Berlin sitzen wir auch, umgeben von Instrumenten und normalerweise gilt ja immer bloß nichts anfassen, gilt hier jetzt aber nicht. Warum? Genau, hier ist Spielen erlaubt. Wir wollen das sogar und zwar, weil die ganzen Instrumente, die wir in diesem Podcast vorstellen, gesampelt werden. Und diese Samples können alle, die sich dafür interessieren, downloaden und selber nutzen, selber damit kreativ werden, Musik machen, historische Instrumente nicht anfassen, aber spielen. Das ist die Devise. Und wir sind bereit aufgestellt, nämlich es geht los mit diesem Instrument. Über dieses Instrument. Bis hin zu diesem Instrument. Fünf spannende Musikinstrumente mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen hier aus dem Musikinstrumentenmuseum in Berlin. Das ist wie ein Tag im Museum. Hört rein. Tastentalk, der Instrumenten-Podcast aus dem Musikinstrumentenmuseum Berlin. Tastentalk, der上面 im in Helium. Das ist schade. Das ist schade. Versmetros in den gruesen Momenten. Ich nehme ein, doctor. Schade. Ich nehme ein, doctor. Ich nehme. immer ein. Dschubert septentum in Berlin. Och einmal zeibez. Tastente. Und jetzt nicht im USA. ieties. Ich nehme. Ich nehme hier. Ich nehme.